hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute ist der x80 port proto proto ja proto rausgekommen ich werde dieses schmuckstück heute mal tunen musik erstmal aus dann schauen wir mal also anhören tut er sich richtig geil aussehen naja kann man drüber reden aber er hat ich glaube er hat das potenzial einer meiner lieblingsautos zu werden moment mal das hört sich richtig geil an ja grotti x80 proto super sportwagen so panzerung bremsen stoßstange nehmen sekunderfarbe oder in carbon hat er viel wir lassen das erste mal kurz motor verbesserung auspuff doch wenn ich mir einfach den sprengstoff brauche kein hub auch nicht scheinwerfer xenon nummer schild meins in schwarz lackierung ausdatungsfarbe aha akzentfarbe könnte man mir mal sagen was die akzentfarbe ist ah ok cool gut dann weiß ich schon was ich machen werde metallik in mitternachtsblau die sekunderfarbe auch die sekunderfarbe auch die ausstattungsfarbe werde ich ich schaue das ich schaue das mitternachtsblau schaue fast schwarz aus gut dann mache ich das eisweiß und die akzentfarbe genauso genauso wie mein ähm zentorno gut ich habe gesehen der hat in der mitte einen carbon streifen deswegen werden wir die sachen auch alle in carbon machen ok eine andere frage ist brauchen wir so einen spoiler er schaut cool aus ja muss man sagen nur gestehen aber ach ich nehme den hier der schaut geil aus moment also ich glaube ich lasse auch die standard felgen ich glaube was anderes würde da nicht wirklich aufpassen ich lasse die standard felgen ne blauerung also dann können wir hier stoßstange noch machen carbon und neon kits in blau so dann sind wir auch schon wieder fertig mit dem wagen hat er nicht wirklich lange gedauert ich finde das ist eine richtig geile karre dann schauen wir mal wie schnell da geht ich bin nicht ich bin 没事 Also ich würde sagen, locker 120, 130, wenn ich sogar 140, auf dem Tacho. Ah, ihr seht es ja selber, es ist, glaube ich, einer der schnellsten Wagen jetzt. Gut. Dann verabschiede ich mich schon mal von dem, ja, jetzt leicht angebummsten Z8, X80. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo, würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wenn ihr es immer sehen wollt, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.